Jo, willkommen zurück bei World of Warships, bei strahlend blauen See und Himmel. Und wir machen mal eine Routine mit St. Louis. Die habe ich ja schon eine Weile nicht mehr gespielt, die habe ich ja wieder geholt, die habe ich ja ausgemustert. Ich habe es aber wieder zurückgeholt, weil es ist doch ein Kühlschiff. Zwar ein bisschen langsam, aber sie bringt es doch. Was haben wir da? Oh je, Wyoming, New York. Oh Gott, oh Gott. Die Fünfer. Ist schon ein bisschen heftig. Das ist ein bisschen heftig. Erstens in Wyoming. Oh Gott, oh Gott. Da sehen wir ja Steiraltis. Da sehen wir den Steiraltis. Ja, schauen wir mal, ob wir das Beste auch nicht ausmachen. Die Schlacht beginnt. Die Schlacht beginnt. Machen wir Ihnen das Leben schwer. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Viel Glück allen. Jo, heu heu. Herzlichen Dank. Heu heu. Jetzt, wenn ich links komme, dann bin ich dann am Arsch von der Wand. Aber ich mache es jetzt gleich. Der Rand geht allein rüber, nach einem Kanonenflut. Oder wir gehen hier rüber, da kommt keiner vom Gegner rum. Das ist einfach die andere Seite. Das ist die andere Seite. Und ja, und dann einfach auf einmal rufen. Ein Knull dort. Und dann gegenseitig errammen oder was. Ich weiss es nicht. So viel Platz auf dieser Karte. Ich weiß nicht mehr. Ich muss halt... Nein! Ja, man hat sich ein wenig an das englische Fumper gewöhnt. Das ist ja nicht das Problem, dass sie es nicht verstehen würde. Aber äh... Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Ja, also machen wir das mal. Aber wie gesagt, zwei, drei, vier, fünf. Sie sind auch noch mal dort. Nein, 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 nein. Dann könnten theoretisch drei da auch kommen. Aber wahrscheinlich gehen die zum Anhüben, der Rest. Und wir zwei sind da oben ganz allein. Ja, dann komme ich doch noch zu einem Treffen. Ja, doch mal. Scheibenkleister. Irgendwie ist es einfach immer so. Wenn ich da rumgege... Allein... Ja, jetzt allein gehe ich eigentlich oder eigentlich nicht. Aber äh... Noch kommt einfach keiner. Und dann bist du irgendwie... Ja... Am Arsch der Welt. Ich schieße sie mal ab. Die sind dort alle. Alle zusammen auf einem Haufen oben. Und treffen jetzt. So. Oh Gott. WTF? 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 Andere Seite! Andere Seite! Ich bin hierher... F*** die Lieber. Da geht's noch mal ab. Und dann... Du bist halt nicht frei. Und dann legst du den Geist. Was? Was? Hä? Wieso ist das schon fettig? Was ist passiert? Hä? Es sind alle jetzt gerade gar nicht... Es sind doch nur zwei Jungen gewesen. Es sind doch nicht alle Dinge eingenommen gewesen, oder nicht? Keine Ahnung. Hä? Was? Was war das denn? Shit, hey. Phönix. Da haben wir ja alles drin. Ja, ja. 5,5 km Top 8 oder was? Mhm. Mhm. 3,7. Um machen. Ja, das müssen wir jetzt 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 schon fettig tun. Was ist denn da passiert? 4,5 km Oh je, oh je. Pfff. Aber Cleveland Ach du Scheinkmeister. New York. 2x New Mexico. Ach du Scheinkmeister. Ach du Scheinkmeister. Ach du Scheinkmeister. Ja, wenn die mal trifft, dann trifft sie. 3. 3. 4. 3. Oh je, ich hasse die Karten. Also ich hasse es einfach nicht so gerne. Das müsste ich auch sagen. Mal schauen, was zuerst losfährt. Ich fahre meistens immer gerade los, aber ich erwarte irgendwie drauf, wo ich dahin fahre. Jetzt mal schauen, was passiert. Jetzt bleibe ich einfach mal stehen. Ich bleibe jetzt einfach stehen. So, aha. Ja, komm, was ist ja nicht so. Ah, ist ja nicht so. Ah, ist ja nicht so. Machen wir ihnen das Leben schwer. Tatapultjäger in der Luft. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Schau mal. Haben wir gut. Ja, ich habe mich schon mit der Frasse voll rüber, ich weiss es. Gott, pack den Deckel noch mal. Wieso kann man ihn mit mir einlassen? Was habt ihr denn eigentlich? Ich denke, ich habe einen anderen Schenk. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr in den Schenk. Ich habe es nicht mehr in den Schenk. Was ist das? Komm, mach dich vom Abtöten! Trottel! Ja, und dann müssen wir noch einen reinhauen, dass er es so schön gewaschen hat. Ach Gott, ja Gott! Unser Team hat die Führung übernommen. Wie hasse ich das? Ich weiss nicht, was seid ihr an mir? Da hat es noch so viele andere Schiffe rum. Nein, ich werde beschossen bis zum Abwinken. Ja, lege mich doch fort! Das regt mich auch so auf, wie immer ich werde beballert. Gut, ich bin nicht gerade zwottest, aber egal. Ich treffe jetzt genau und dann komme ich einfach dran oder ich weiss es nicht. Oh Gott, oh Gott! Das gefahrt, ich bin auch gefahrt, wenn ich schon bin hier. Oh ja, oh ja. Das ist einfach nur Bullshit. Wenigstens einer gesagt. Ja, das kann sich jetzt auch nicht ziehen natürlich. Unser Flugzeugtrag ist auch schon weg. Mein Gott, was habt ihr denn hier gemacht da oben? Das ist jetzt hinterst hinten. Das ist die nächste Vortrag, Leute. Das ist jetzt ein Neu-Mexico-Tropader oder wir. Das ist die Vortrag? Einmal mit dem einen Kabel. Das ist die Vortrag. Genau, was ist ein Neu. Das ist die Vortragende der Rücken. Die Vortragende. Die Vortragende. Das ist die Rücken. Nein, das ist die Vortragende. Das ist das die Vortragende. So machen wir das Zeug fertig. Ja, der Start wird da in den Wälder-Vorschips von mir. Das ist irgendwie kacke. Dreimal gestapelt und dreimal versendet. Ach Gott, oh Gott. Das ist nicht so schön. Hey, du musst doch nicht jetzt die neu gestalteten Inseln zerstören. Hier hinten ist der Pot. So, bis der nachgeladen hat, ist der unten weg. Die anderen drunter... Ah Mann, anstatt dass er auf dem Flugzeug losgeht, die Kurven hier im Kreis rum. Was ist denn das für ein Spack-Obi? Ah, ich weiss es nicht. Die. Ja, das ist scheissrum. Die sind, muss ich ehrlich sagen. Ja, nüch. Agie muss es geben. Ja, das war sicher nur, wenn ich jetzt den Hafen habe. Nein, Spass beiseite. Es war einfach eine kacke Runde. Ich meine nicht. Oh je, oh je. Also. In diesem Fall machen wir Schluss von heute. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und tschüss zusammen.